kein fahrzeug darf mehr rein endgültig wacken stoppt die anreise der große schlamm ticker 85.000 fans wollten in diesem jahr auf deutschlands größtem metal festival im schleswig holsteinischen backen feiern doch der wettergott scheint kein metal fan zu sein mit schlamm kennen sich die festival besucher zwar aus doch mit diesen massen hat keiner gerechnet das festival stoppt deshalb ab sofort und endgültig die autoanreise die tickets waren bereits fünf stunden nach vorverkaufsstart restlos ausverkauft vom 2 bis zum 5 august sollte sich in den kommenden tagen 405 hektar ackerland und kuhweiden zu einer gigantischen zeltstadt verwandeln dann sollen beim wacken open air über 150 bands auf acht bühnen auftreten wacken stoppt die autoanreise endgültig zum ersten mal in der geschichte des w o a die anreise zum wacken open air mit kraftfahrzeugen aller art muss ab sofort final gestoppt werden ausschließlich fahrzeuge die sich bereits in unmittelbarer nähe zum festivalgelände befinden versuchen wir auf dem holy ground unterzubringen das verkündete das wacken presseteam gerade weitere informationen zu dem umgang mit euren tickets klären wir gerade und werden sie so schnell wie möglich bekannt geben megastaus nach schlammchaos lange warte schlangen auf dem weg nach wacken dauerregen und matsch sorgen für großes chaos bei der anreise rund um das festivalgelände nur ein viertel der ankommenden autos werden derzeit zugelassen der veranstalter rät allen die die möglichkeit haben mit der anreise noch etwas zu warten spaß im stau es geht auch anders dem nervigen stau zum trotz diese gruppe aus hessen glüht schon mal im stau auf das bevorstehende event mit apfelwein in dosen vor und mittendrin bild reporter linus urich vorne 420 kilometer mit dem mountainbike nach wacken einer lässt sich von dem schlechten wetter nicht beirren zweieinhalb tage lang war lucas litwin nach eigenen angaben mit dem rat zum heavy metal festival ins schleswig-holsteinische wacken unterwegs ich bin die 420 kilometer mit dem gelände rennrad gefahren so der bochumer für ihn ist es das zwölfte wacken festival zweieinhalb tage brauchte lucas litwin um mit dem rennrad zum heavy metal festival ins schleswig-holsteinische wacken zu gelangen oh je meteorologe mit schock prognose hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020